Challenge bestanden oder nicht? Für euch gibt es jetzt was zu gewinnen zu Hause und zwar einen Gutschein! Genau! Und zwar einen Gutschein im Wert von 1000 Franken für genau diese Yokohama Winterreifen. Den, den ich jetzt hier gerade montiert habe. Also der W-Drive heisst das richtig. Und man muss aber auch hier eine Frage richtig beantworten auf www.neudings.tv Und zwar will ich heute von euch wissen, was die Masseinheit ist von dieser Reifengrösse. Die Reifengrösse sind das Kubikzentimeter, Zoll oder Bar. Auf unserer Website seht ihr auch noch ganz viele sonstige Informationen zu unserer heutigen Sendung. Oder dann eben die von der Geschwuchen. Ich freue mich schon ganz fest. Dann gehen wir nämlich auf Basel zum Thema Herbstwaremess. Bis dann und tschau!